ja hallo ich wollte euch heute mal zeigen ich habe das software update das neue gemacht für das model s und das ist ein model s 75 und ich hatte bis dato maximal eine ladeleistung von 95 96 kW und bekomme jetzt hier am supercharger neudorf 111 kW das finde ich schon mega geil der lüfter draußen wohl zwar wie hulle aber da geht man mächtig was durch jetzt also das was tesla zugesagt hat mit erhöhter ladeleistung trifft trifft voll bei mir in der ecke im raum düsseldorf habe ich schon mal probiert da ging es noch nicht aber der hier sind sechs tolls da funktioniert das einwandfrei also wie gesagt noch mal es ist kein 100 d es ist nur in 75 d mit also reduzierte ladeleistung und es geht jetzt bekomme ich das was normalerweise 100 d bekommen hätte oder 90 die 85 die diese ladeleistung habe ich nie bekommen bei mir war ende immer so 95 96 max ja das war es hier vom supercharger